er hat specialist gefunden der arme also hast du den standard delay von drei bis sechs sekunden oder sowas oh mein gott was was Klaus! Guten Morgen! Wie geht's dir? Lange nicht gesehen, mein Lieber. Ah, mein Herz. Mein armes, armes Herz. Juri, ich seh ihn nicht! Ich hab mich gesehen. Der Wichster hier drin. Oh. Wait. Ist doch... In der Luft. Greife den Schützen an. Achtung, Drohnen drei Stunden sind knapp. Zurück zur Basis zum Nachkanken. Es steht sogar, let's go! Let's fucking go! Halt die Schnauze! Schnauze halten! So! Das ist wieder so ein Report. Den hat man sich dann halt auch komplett earned. Feindliche Drohne über uns! Achtung, Drohnen treibst du noch nicht ab. Zurück zur Basis zum Nachkanken. Zurück zur Basis zum Nachkanken. Ach! 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 Die Gegner müssen rennen, wenn sie den Porno-Biken sehen. Das klingt dann mit Song. Bruder! Ich hab aufgehört zu schießen, weil ich dachte, er wär tot. Ja, moin. Entdeckung! Ich dachte, er wär tot, aufs zu schießen. Oh mein Gott. Ja! Schnauze! Schnauze! Feindliche Aufklärungsdrohne aktiv! Luftraum ist voll! Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ich seh ihn nicht, oh mein Gott. Halt! Ich habe drop-shotted und ich seh ihn fast nicht mehr. Doppelte Totenstelle, let's fucking go, man. Ich hab doch gesagt, du hältst du das Schnauze. Schnauzen. Schnauzen halten. Als Schnauzerträger darf man sagen, du hältst dein Schnauze. Als Schnauzerträger darf man das. Herr, bitte Gebietsausklärung. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Klausi! Schnauzerträger darf man das nicht mehr schnauzen. Schnauzen. Oh, der kittet sogar mal. War das da? Oh mein Gott, das war meiner! Arsch! Ihr nicht gönnt. Leider Gottes, in dem Moment als ich gesehen habe, hatte ich gerade zur OTS gewechselt. Das heißt, ich war natürlich auch nicht wirklich schuss ready. Nummer uno! Schönes Ding! Let's go! Kannst du bitte noch einen Cowboy-Hut tragen? Ich habe leider keinen Cowboy-Hut, ich habe auch keine Fliegerbrille. Obwohl, vielleicht, aber... Let's fucking go! So! Eine schöne und wichtige Runde! Der Schnauzer hat gecarried! Der Schnauzer hat gecarried! Das ist einfach so! Der Schnauzer hat geckeln! Der Schnauzer hat geckeln! Der Schnauzer hat geckeln! Vielen Dank.